Akademisches Viertel, MLP Academics und RNZ. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ. Hallo zusammen, das ist Folge 44. Ich bin Nico Beck und mein geschätzter Kollege Jürgen Berger ist nach wie vor im Urlaub. Man glaubt es kaum, da müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen drüber sprechen, Jürgen. Aber sei unbesorgt, ich habe mal wieder Ersatz aufgetrieben. Und zwar gleich dreifach, denn heute kommen die Fans zu Wort. Wir haben uns hier zu viert zusammengefunden im Studio. Ich darf begrüßen den Christian. Hallo zusammen. Hi Christian. Den Jens. Servus, Gude. Und den Ole. Jo, moin. Was ist der Fahrplan für die heutige Folge? Wir wollen einfach ein bisschen quatschen über eure Erwartungen, eure Hoffnungen, vielleicht auch eure Anregungen für die Academics. Ein bisschen wollen wir natürlich auch zurückblicken, auch wenn die meisten Fans natürlich die vergangene Saison am liebsten ausblenden würden, kann ich mir vorstellen. Tipp auf. Ich fange jetzt einfach mal mit dir an, Jens. Ich habe gehört, beim Heidelberg Basketball Cup warst du vor Ort. Was hat dich denn optimistisch gestimmt, dass das eine stressfreiere Runde wird als letztes Jahr? Genau. Sie hat mich vorher schon so ein bisschen mit den Spielern beschäftigt und wollte dann mal den ersten Eindruck gewinnen von den Männern. Habe aber auch die Chance genutzt, die Damen mir anzugucken morgens schon. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Obwohl meine Mädels dann sich so ein bisschen gewundert haben, dass da ein bisschen zu wenig Zuschauer da waren. Aber das Spiel dann abends gegen Frankfurt fand ich, obwohl es die ersten drei Viertel relativ ein bisschen Stückwerk war, fand ich trotzdem schon die Spieler eigentlich ganz gut. Fand, dass sie defensiv besser gestanden haben und viel mehr Bewegung auch in der Offensive war zum Beispiel. Und fand dann auch, dass sie hinten raus mit den fünf, die dann hinten raus gespielt haben, mit den drei Import-Spielern, Maixel und Barcello und wie sie alle heißen, DJ Horn. Und dass sie da wirklich schon ein gutes Grundgerüst haben, um da diese Saison uns ein bisschen das ruhiger angehen zu lassen und ein bisschen entspannter zu sein. Also voller Zuversicht. Jetzt brauche ich natürlich eine Gegenstimme, Christian. Du bist ja bekannt als jemand, der immer sehr, sehr kritisch auf das Team und auf die Spiele blickt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war am Anfang überhaupt nicht begeistert, als ich gesehen habe, wie viel Tübingen-Import zu uns gekommen ist. Jetzt war Tübingen ja letzte Saison nicht für den Erfolg berühmt. Das hat mich natürlich erstmal so ein bisschen nachdenklich gestimmt und auch, in welche Richtung geht denn das Ganze oder wo entwickelt sich denn auch der Verein oder der Spielbetrieb am Ende des Tages hin. Natürlich sind nach und nach dann auch die Import-Spieler dazugekommen. Was ich manchmal ein bisschen unglücklich fand, man hat es irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt, also die Kommunikation vom Verein, hätte ich mir da jetzt ein bisschen besser erwartet. Man kann sagen, ohne die R&Z wüsstet ihr ja heute noch nicht eigentlich, wer da bei einer Kategorie gespielt hat. Ja, dann waren auf einmal so Sachen, wie dann war der O'Brien auf einmal da, von denen hat dann irgendwie niemand was mitgekriegt oder so. Ja, also er steht heute, also bis heute noch nicht in der App als Spieler im Kader. Ja, also plus da fehlen noch Bilder und so. Also das sind alles so Sachen, die mich persönlich als Fan, wenn ich da jetzt sowas genießen will, das stört mich einfach, ja. Ich bin jetzt jemand, der immer sehr auf Daten guckt und auf solchen Kram, ja. Also auch wenn man die BBL-App aufmacht und guckt da rein, dann stehen da irgendwie acht Spieler mit der Nummer null, ja, was mich halt einfach, sowas stört mich. Also ich möchte da eigentlich immer gut informiert sein, gut abgeholt sein. Das ist so der Negativpunkt und ich war auch auf dem Basketballcup, um mir da mal so ein Bild zu machen. Und ich muss sagen, also ich war natürlich von Michael Weathers total begeistert, ja. Also diese Sprungkraft, die er hat, ja, dieses Positive, diesen Spaß, den er hat. Und auch die Leute da mitnimmt. Also allein dafür, würde ich sagen, hat es sich bis jetzt schon gelohnt. Und die Hosen natürlich, ne? Mega, ja. Super. Time Out. Diese Folge präsentiert das Team von Maler Egg. Seit 1905 spielt Maler Egg in der ersten Liga für die Verschöderung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Maler Egg. Ihr Haus, ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de Und jetzt komme ich natürlich zu dir, Ole, denn man darf es ja verraten, du bist Mitglied, aktives Mitglied des Kollektivs Neckarkurve. Genau, ich darf mich sogar Gründungsmitglied schimpfen. Ah, okay, okay. Ich war dabei, deswegen an der Stelle schon mal liebe Grüße an meine anderen Gründungsmitglieder vom Kollektiv Neckarkurve. Ich habe die Off-Season, muss ich sagen, jetzt sehr genossen, einfach weil ich die ... Um die Stimme ein bisschen zu schonen wahrscheinlich. Um die Stimme zu schonen und die Hände vom Trommeln, wobei ich da nur selten dabei bin und wenn dann meistens auch mit Handschuhen, weil das zieht die Hände echt überraschende Mitleidenschaft. Aber ich finde die Off-Season eigentlich immer ganz cool, weil ich so diese Kaderplanung und so, das finde ich einfach, also das zu verfolgen, zu scouten, irgendwie Spieler zu googeln und rauszufinden, wo haben die gespielt, was haben die das lang gemacht, was könnten die für Potenzial haben und sich da irgendwie einfach ein bisschen zu träumen und sich schon was auszumalen. Für mich macht es einfach richtig Spaß, deswegen von mir aus, klar, ich freue mich wieder auf Basketball, aber so die Off-Season könnte auch noch ein bisschen weitergehen, auch wenn der Heidelberger Kader jetzt mehr oder weniger voll ist. Ich war auch beim Heidelberger Basketball Cup in der Halle, habe mir da auch alle fünf Spiele angeguckt, beziehungsweise die vier plus das Damenspiel und war auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte schon viel Hoffnung in den Kader sowieso, weil ich fand, dass Danny Jansson ganz coolen Basketball gespielt hat mit Tübingen letztes Jahr, auch wenn es nicht so erfolgreich war. Ja, einfach weil man sich auch ein bisschen gefreut hat, dass es weg von diesem Dreier-Gepöle geht die ganze Zeit, sondern dass der Ball einfach mehr bewegt wird und auch die Spieler Off-Ball sich einfach mehr bewegen und da einfach mehr passiert. Und so sah das eigentlich, abgesehen von den ersten Mal in Vierteln gegen Frankfurt, sah das auch schon mal ganz gut aus. Und ja, ich war ein bisschen enttäuscht von Straßburg, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Die sind ehemaliger Champions League-Teilnehmer und haben sich da so präsentiert, ich weiß nicht, ob die keinen Bock hatten. Ja, aber von Heidelberg, die haben mir sehr gut gefallen und der Meinung zu Weathers kann ich mich auch nur anschließen. Klasse Typ, glaube ich, springt jeder unter die Hallendecke und macht, glaube ich, menschlich auch richtig Bock. Da freue ich mich drauf. Du hast eben gesagt, die Off-Season könnte gerne noch ein bisschen länger dauern. Das hat überraschenderweise heute Morgen Paul Zipser zu mir gesagt. Er hat schon viele Vorbereitungen mitgemacht, aber so viel Spaß hat er selten gehabt und er hätte auch nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen länger dauern würde. Auch wenn natürlich alle Profis dann irgendwann um Punkte oder im Pokal spielen wollen. Aber jetzt haben wir eben schon von Christian gehört, Tübingen, das war ja ein Riesenthema, dass man von dem direkten Kontrahenten, der dann am Ende unterlegen ist, dem Absteiger, nicht nur den Trainer und jetzt auch noch den Co-Trainer später, sondern insgesamt dann zumindest zwei Spieler aus der letztjährigen Mannschaft und insgesamt vier ehemalige Tübinger holt. Wie ist es denn für euch im Fanclub? Weil ihr habt ja natürlich eine ganz besondere Beziehung auch zu den Spielern. Ingo Freier, der ehemalige Trainer, stand bei euch ganz hoch im Kurs. Hinterfragt man sich da so ein bisschen, gerade wenn man ganz frisch einen Fanclub gegründet hat, ob man da eigentlich an der richtigen Stelle ist? Also ich meine, am Ende sind wir immer noch ein Fanclub von einem BBL-Team. Und es ist, wenn du nicht das Budget von Bayern oder Berlin hast, ist es schon, wenn man sich länger mit Basketball beschäftigt hat, Gang und Gäbe, dass halt die Mannschaften schon jedes Jahr eigentlich umgewälzt werden. Es ist das verändert. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr, als bekannt gegeben wurde, dass Ingo Freier kam, nicht so überzeugt. Er hat mich zum Glück vom Gegenteil dann überzeugen können. Er hat ja auch einen Namen, den man gut schreien konnte. Das hat sich sehr angeboten. Er hat auch viele schöne Wortspiele. Freier im Kopf, befreit aufspielen. Wunderbar. Aber auch dieses Jahr sehe ich da auf jeden Fall Potenzial. Also es gibt viele Spieler, die sich schon zu Fanliebling machen können, schon sind. Also Weathers hatten wir eben angesprochen. Ich glaube auch, dass so ein Dieber da erstens einen guten Namen hat, mit dem man gesangstechnisch arbeiten kann. Und auch einfach ein cooler Typ ist, der sich so in die Herzen der Fans so reinspielen könnte. Deswegen, weiß ich nicht, irgendwo gehört es zum Basketball, dass die Mannschaft und der Trainerstab irgendwie wechselt. Andererseits ist es natürlich schade. Es waren richtig coole Spieler dabei. Ich traue gefühlt auch noch Spielern aus der Saison davor nach. Aber ja, gerade so ein Vincent Kestelot oder so zum Beispiel, das sind Spieler, die hätte ich jetzt ungemein gerne diese Saison auch wieder gesehen. Das sind einfach coole Leute und das ist dann schon schade. Aber ja, wie gesagt, beim Basketball ist das leider irgendwie Gang und Gäbe. Jens, du bist, glaube ich, seit Bundesliga-Aufstieg mit der Dauerkarte in der Halle. Wie war es denn für dich? Hat sich schon so ein bisschen nach feindlicher Übernahme angefühlt, oder? Oder ist das so eine Journalisten-Denke? Ja, ich weiß gar nicht. Ich sehe es sogar fast so ein bisschen als Vorteil, dass einfach schon so ein bisschen gewachsene Strukturen dann eingespielt sind, vielleicht auch mit dem Coach. Der Coach war ja wohl vor zwei Jahren schon mal Thema, glaube ich, laut Matthias Lautschläger. Dann denke ich schon, dass da auch eine Idee war, damals ihn schon einzubinden und dann auch was Langfristiges aufzubauen mit ihm. Das, denke ich, geht besser mit dem Coach jetzt als mit Ingo Freier, obwohl ich von Ingo Freier auch beeindruckt war natürlich dann, wie er das umgerissen hat. Gerade das erste Spiel da in Braunschweig, dass er das gewinnt, auch mit einer Rotation von sechs Leuten und so. Das hat er schon gut gemacht, aber dann was langfristig mit dem Aufbauen ist schon ein guter Schritt, jetzt einen neuen Trainer zu holen. Und wie gesagt, ich sehe es eher als Vorteil, dass die Spieler, die gekommen sind, sich vielleicht teilweise schon kennen. Der Trainer sie kennt, weiß, wie er die einschätzt und auch einsetzen kann. Und ich fand auch bei dem Basketball Cup schon wirklich, beim Heidelberg Cup, dass da das spielbar war, dass die ganz anders spielen. Also wirklich erfrischend, wie schnell sie hin und her gepasst haben, wie sie sich bewegt haben, freigelaufen haben. Das war echt schon sehr gut, obwohl sie da, wie gesagt, die ersten Treppviertel zurückgelegen haben, auch gegen Frankfurt, fand ich, dass das spielbar war, dass eine ganz andere Spielweise da ist. Und das fand ich schon gut. Ganz früher mit Branislav Ignatovic zum Beispiel, das war jetzt auch keine, ja, das war schon auch cool auf jeden Fall. Das war ein geiler Typ und so. Also das muss ich kurz klarstellen, weil wir ja noch ein bisschen länger sprechen, also gegen Frankie wird hier nichts. Nein, nein, nichts von Frankie. Also auf den lassen wir alle nichts kommen, zumindest ich lasse es nicht zu. Liebe Grüße an der Stelle. Aber 2017, 2018 zum Beispiel, da gab es nicht viele Spielzüge gefühlt. Also da ist Niki Würzner mit einem Zeichen gekommen und dann haben wir irgendwie zwei versucht, da Pick and Roll dann aufzubauen und viel mehr war da auch nicht. Und da denke ich, dass das jetzt schon eine ganz andere Nummer ist mit dem neuen Coach. Andere Philosophie einfach auch, klar. Genau, und ich denke schon, dass das in eine gute Richtung läuft. Und ich finde auch die Mischung des Teams sehr gut. Also viele junge Spieler, ein bisschen Erfahrung auch dabei jetzt mit Zipser und Kessen zum Beispiel, die auch noch da geblieben sind. Und die Importspieler sind jung und auch aus dem College teilweise mit DJ Horn zum Beispiel. Das kann schon gut funktionieren. Und die Videos da bei Facebook oder Instagram, die man von den Vorbereitungsgeschichten da sieht, das ist ja schon auch, dass die sich ganz gut verstehen. Das ist ja auch so, weil du das dann vom Paul Zipser schon bestätigen kannst. Ja, also die Stimmung ist tatsächlich sehr gut. Durfte ich mich heute Morgen beim Medientraining auch davon überzeugen. Das nehme ich den Jungs auch ab. Zu Niki Würzner habe ich neulich mal gesagt, naja, du erzählst mir eigentlich jedes Jahr, dass das eine super Truppe ist und dass die Charakterlich alle top sind. Was soll ich damit anfangen? Aber dieses Mal ist es wirklich so. Meines Ernstes. Diesmal meines Ernstes, genau. Dir, Christian, hat vermute ich jetzt einfach mal besonders der Abschied von Akim Vargas wehgetan, oder? Ja, ich finde den Akim als Menschen einfach cool. Ja, also gefällt mir. Der hat eine Energie auf dem Platz, die ist schon besonders. Ja, er geht auch besonders mit den Fans um und so. Das hat mir immer gut imponiert. Ja, fand es natürlich ein bisschen schade, dass er da jetzt geht. Aber wie Jens schon gesagt hat, da ist ein Umbruch, ein großer. Man sieht es, es ist einfach alles verjüngt worden, ja. Und natürlich muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, okay, wie viel von den Alten, also Alten nicht im Sinne vom Alter, sondern auch von denen, die schon vorher da waren, kann ich denn da auch übernehmen? Und ja, jetzt muss man halt mal sehen, was diese Mischung macht. Ja, also mir hat es auch um den Vincent total wehgetan. Ja, ich habe mit dem auch immer noch geschrieben während seiner Reha-Phase. Und da hätte ich mir natürlich auch irgendwie gewünscht, dass man so jemanden auch mal unter die Arme greift in so einer schwierigen Zeit und sagt, hey, wir verstehen, das ist jetzt nicht einfach für dich. Und du bist natürlich irgendwie so ein bisschen Risiko und dann bist du natürlich auch kein Deutscher. Dann ist natürlich ein Platz sofort weg. Ich verstehe das alles, ja. Manchmal denke ich mir halt, man muss halt da auch ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Deswegen fand ich das auch, wie Ole gesagt hat, der tut mir auch sehr leid, weil er auch ein sehr netter Mensch war. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, klar, man sieht, es ist jünger geworden. Die Energie in dem Team ist auch eine andere. Man sieht es auch, ja. Die Spielen, die sind schneller. Und ich hoffe, dass es wirklich kein Dreier-Shooting gibt, ja. Na gut, wenn man es halt mal treffen würde, dann wäre das ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ein Bedenken, was ich natürlich so ein bisschen habe, ist, weil du es gesagt hast, wir haben viele junge Spiele, die auch gerade erst aus dem Cottage kommen oder vielleicht ein Ruki ja hinter sich haben. Da haben wir letztes Jahr auch versucht mit einem Point Guard, der quasi sehr jung war, sehr unerfahren war, die Saison zu starten. Das hat nicht gut funktioniert, ja. Jetzt war natürlich die Konstellation auch eine andere vom Team, aber das hat natürlich auch Risiken, ja. Also die Jungs, die sind halt auch mental vielleicht noch nicht so gestärkt. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, ja, dann kann das auch nach hinten losgehen, ja. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, zwei Fehlpässe und dann war der Kopf unten, ja. Und da dürfen wir halt nicht reinkommen, ja. Oder die Jungs müssen halt so viel Backup von hinten haben, ja, vom Team, von der Mannschaft, dass sie sich das nicht zu Herzen nehmen. Direkt dazu vielleicht. Ich tue mich irgendwie schwer, das letzte Jahr, gerade den Anfang mit diesem Jahr zu vergleichen. Also ich möchte Herrn Iserlo da auf gar keinen Fall zu nahe treten und ich glaube, das ist wirklich ein super Trainer. Herr Iserlo, das sagt schon alles eigentlich, ja. Aber wenn man dann halt sieht, so gerade der Point Guard, den du jetzt angesprochen hast, also Mike McGirl am Anfang, so der geht danach nach Israel und legt im ersten Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, da gefühlt ein Triple-Double mit 35 Punkten auf und spielt da schon sehr ordentlich, hat auch dann kontinuierlich abgenommen, also die Zahlen legt er jetzt da auch nicht mehr auf. Und auch Carroll, der nicht besonders gut, immer wieder heiß gelaufen ist am Anfang, noch nicht so gut gespielt hat, dann wird er entlassen, dann holt Freya ihn zurück und dann spielt er da schon wieder deutlich besser. Deswegen habe ich das Gefühl, also ich habe durch die letzte Saison irgendwie gelernt, dass der Trainer einen deutlich größeren Unterschied macht, als ich es bislang gedacht habe. Und klar, unter Iserlo wurden viele Dreier geworfen und unter Freya auch, aber trotzdem waren da halt in dem Grad noch Unterschiede, dass so ein Carroll sich dann halt da ein bisschen machen konnte und auf jeden Fall besser gespielt hat als vorher und jetzt meines Wissens nach in Finnland wieder spielt. Ja, da hatte der Matthias Lautenschläger in einem eurer Podcasts auch was Interessantes gesagt, finde ich. Da hat er gesagt, wir haben den Moment verpasst, wo wir den Trainer zur Seite gestanden haben, wo wir ihm geholfen haben und ich glaube, das ist auch für den Verein natürlich ein Learning. Und vielleicht machen sie das jetzt einfach besser und gehen da früher mit rein und helfen da einfach auch mehr. Und wie du es gesagt hast, der Coach ist halt nicht nur da, um die Spielzüge zu machen, sondern du bist halt auch Mental Coach, du musst den Leuten halt helfen, auch sich dabei zu entwickeln und auch wenn es mal hart ist, da trotzdem dabei zu sein und vielleicht nicht immer nur eine Methode zu haben, mit den Leuten zu reden, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es ein guter Punkt ist, den du ansprichst, weil man ja jetzt bei der Trainerwahl hin zu Danny Jansson gesehen hat, dass vielleicht die Prioritäten auch ein bisschen anders gesetzt wurden, weil Jonas Iserloh mag ein exzellenter Trainer sein, aber in Heidelberg hat es dann nicht mehr funktioniert, weil er eben seine Spieler nicht mehr erreicht hat und mit dem vielleicht entscheidenden Mann Mike McGurl eben frühzeitig sich überworfen hatte. Ja, so. Und jetzt muss man natürlich mal sehen, Danny Jansson, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dem sitzt der Schalke im Nacken, definitiv. Aber wenn du halt eine Saison mit acht Niederlagen startest, dann ist es für so einen Trainer auch schwieriger, die Stimmung oben zu halten. Aber, wie du sagst, komplett verschiedene Trainertypen. Also vor der letzten Saison hatte ich jetzt auch kein schlechtes Gefühl, erst mal als ich die Spieler so gesehen habe, wo die er kam. Ja, absolut. Aber gerade Zusammenstellung im Nachhinein, aber es ist natürlich so einfach im Nachhinein zu sagen, war jetzt nicht unbedingt auf Defensive ausgelegt, glaube ich. Das war, glaube ich, ein großes Problem. Und dann gab es halt einfach so eine Spirale, in die sie reingekommen sind. Dann gab es die Differenzen zwischen manchen Spielern und Trainer. Verletzungen haben sich auch eine Rolle gespielt. Also das waren schon viele Faktoren, die da aufeinander zusammengekommen sind, die dafür gewirkt haben, dass das halt nicht so gut gelaufen ist, gerade am Anfang. Ja, und dann musste man eben auch als Fan relativ schnell Leidensfähigkeit unter Beweis stellen. Jetzt habe ich eben schon, es tut mir jetzt leid, dass ich hier so in die Ecke stelle des Chefkritikers, aber du hast ja selbst angefangen, was du dir alles wünschen würdest und was dir nicht so gefällt und so. Christian, wenn so eine Mannschaft so einen großen Umbruch hat und vielleicht auch Entscheidungen dabei sind, wie es bei Vini Kestel, wo man sagt, hey, mein Herz blutet, da würde ich mir was anderes wünschen. Lass uns doch mal über das Fansein sprechen. Was ist denn das, was die Liebe ausmacht? Ich meine, du kommst aus Hannover, Ole, bist Gründungsmitglied eines Fanclubs der Heidelberger Bundesliga-Basketballer. So lange spielen die auch noch nicht in der Bundesliga und haben eine krasse Steigerung des Zuschauerschnitts. Warum, was sind die MLP-Academics? Ich fange mit dir an. Wieso gibst du, hier ist es bei dir gesagt, dein letztes Hemd für die Academics, kannst du jetzt nicht. Wieso lässt du dich von den Cheerleadern in der Halbzeit im Mittelkreis, keine Ahnung, übers Feld tragen? Also zum einen ist das für mich natürlich Entertainment. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Ich gehe da hin, um auch wirklich Spaß zu haben. Und natürlich ist es super, wenn der Spaß um das Feld herum ist und auch auf dem Feld ist. Das begeistert mich einfach. Ich finde, Basketball ist einfach ein superschöner Sport zum Zugucken. Also da ist immer was los, da ist immer Aktion auf dem Spielfeld. Das geht hin und her. Du hast diese Pausen, wo die Cheerdancer oder wo andere Akteure auf dem Feld dich immer wieder motivieren mitzumachen. Und das ist eine tolle Energie, finde ich einfach. Ich glaube natürlich, dieser Hype, den Basketball momentan hat, ist auch so ein bisschen durch die Erfolge der Nationalmannschaft, die da gekommen sind. Plus, ich glaube, Bundesliga zieht halt einfach. Ja, also es tut mir natürlich leid für alle, die pro A und pro B spielen und das auch wirklich auf einem professionellen Level machen. Ja, ich glaube einfach, wenn du in der höchsten Liga spielst, das ist ein ganz anderes Zugwert. Da haben die Leute auch Bock. Und natürlich ist es so, wenn man dann Leuten erzählt, wie toll das da ist, dann kommen die mal. Ja, also gerade Beispielgrüße an Robert. Ja, der sitzt hinter mir. Der hat auch eine Dauerkarte jetzt. Ja, weil er einfach dann mal gesagt hat, ah, da gehen wir auch mal hin. Und der findet das auch total super und mit seiner Frau. Ja, und es ist halt einfach schön. Und da finden sich Leute immer wieder zusammen. Das ist eine Community. Ja, jetzt mit dem Fanclub, mit Matti. Ja, da habe ich auch sofort früh Draht gehabt. Ja, und dann entwickelt sich sowas einfach. Und wenn die Leute halt bespaßt werden und der Erfolg noch da ist, ja, ich glaube, dann ist das halt unhaltbar. Entertainment ist ein guter Punkt. Aber es war halt auch nicht allzu viel Entertainment, zumindest zu Beginn der letzten Saison. War nicht auf dem Platz, ja. Daher kommt so ein bisschen auch meine Frage. Und jetzt bin ich automatisch bei dir, Jens, weil ich vorhin im Vorgespräch unter euch ein bisschen gelauscht habe. Du hast ja zum Beispiel dem Fußball komplett den Rücken zugekehrt, obwohl du großer Borussia Dortmund Fan warst. Sogar beim Champions League-Finale in London 2013 im Stadion. Also das kann ja auch passieren, dass man irgendwann mal sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Gut, zutage will ich jetzt nicht zu weit ausführen. Das hatte verschiedene Faktoren, warum ich da einfach keine Emotionen auch mehr hatte. War da schon wirklich sehr involviert. Aber jetzt beim Basketball ist es so, ich habe natürlich Anfang der 90er so die Phase mitgemacht, wo Streetball aufkam, wo Michael Jordan natürlich war. Und da habe ich so meine erste Basketball-Faszination entwickelt, sage ich mal, die Nowitzki-Phase mitgemacht. Da war ich zum Beispiel auch in Würzburg, als der quasi Meister geworden ist, durch Würzburg gefahren wurde und so. Habe auch ein Spiel von ihm gesehen live in Amerika. Und dann war ich schon trotzdem immer noch mehr Fußball-affin, sage ich mal. Und dann so vor sieben, acht Jahren habe ich halt da verschiedene Gründe gehabt, warum ich das nicht mehr so verfolgt habe im Fußball. Und bin dann durch jemanden zu den Academics gekommen. Der Hermann, den will ich auch lieb grüßen heute hier. Der hat mich da hingenommen so vor sieben, acht Jahren. Das war 2017, 2018, als sie auch so eine erste gute Phase hatten in der Pro A. Da habe ich mir ein paar Spiele angeschaut. Und dann die erste Playoff-Serie gegen Trier. Die hat mich einfach fasziniert. Dann war die Halle voll, da waren Trierer-Fans da. Da haben sie leider verloren, dann die Serie 3-2. Aber das hat mich einfach komplett abgeholt. Und da habe ich dann einfach gesagt, ey, das ist jetzt mein Local-Team, was ich auch supporten will. Und war dann immer mehr da. Und dann auch, wie gesagt, seit vier Jahren jetzt die Dauerkarte im S&P-Dom. Ja, und da sind einfach echt schon viele coole Events gewesen. Also auch die erste Phase, die erste Saison, wo sie, da kann ich mich nur erinnern, das war ja die Corona-Saison, wo sie gegen Alba gespielt haben. Und dann Ausgleich kurz vor Schluss. Dann hat war Maodolo noch irgendwie den letzten Wurf. Da sieht man im Fernsehen quasi auch ... Ja, genau, genau. Der Game-Winner. Ja, aber Maodolo steigt quasi, verliert fast den Ball. Und ich bin nebenher mal irgendwie ... Und wir struggeln da quasi, was jetzt abgeht. Und dann kriegt er den Ball irgendwie noch los. Und er geht gerade so rein zum Sieg. Aber das war einfach ein geiles Erlebnis. Oder auch diese ganzen Eric-Washington-Geschichten dann hinten raus mit, was du siehst, wie viel Dreier, der da zu einem Sieg auch gemacht hat. Das ist schon sehr emotional dann einfach auch in so einem Spiel. Und die Entwicklung jetzt zu sehen, wie das jetzt in so einer Halle funktioniert, ja, und trotzdem auch letzte Saison, obwohl er da wirklich qualitativ manchmal das ein bisschen schwierig war. Ich hatte immer Bock hinzugehen. Und das haben ja auch viele gehabt. Also es war ja immer viel los. Und es war immer auch gute Stimme. Egal, ob sie dann auch mal 20 Punkte zurücklegen vor dem letzten Viertel. Es wird trotzdem Sandstorm gemacht und der Schal gewedelt und so. Also das fand ich echt beeindruckend. Und ja, ich hoffe, dass das dann so weitergeht. Und vielleicht dann diese Saison mal wieder ein bisschen erfolgreich eine. Und auch du gibst, hast du ja eben schon gesagt, das Fan-Sein sozusagen, deine Leidenschaft für die Academics weiter. Jetzt muss ich nämlich hier auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Nämlich nicht nur der Hermann, der ist jetzt mit dabei, sondern du hast es tatsächlich geschafft, meinen guten Jugendfreund, den H-Mac, also Heiko heißt er offiziell, aber ich nenne ihn nur H-Mac, für die Academics zu begeistern. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich das vergeblich versucht habe. Weil ich schreibe über das Team tatsächlich auch schon seit 2010. Einmal war er dabei, ich dachte, ja, nee, nicht so meins. Und plötzlich kommt der dauernd in die Halle, hat er, glaube ich, auch eine Dauer gehabt. Ja, früher, hat er erzählt, war auch bei Frankfurt auch, bei den Skyliners. Und ja, die Connection ist über unsere Kinder zustande gekommen. Und dann war es so, dass der Hermann auch längerfristig mal Urlaub macht. Der ist Rentner und ist mal einen Monat lang nicht da. Und dann habe ich die Karte halt übergehabt. Und dann habe ich den H-Mac, Heiko, da mal mitgenommen. Und der war auch dann sehr schnell fasziniert. Obwohl das auch eine Saison war, wo sie jetzt nicht ganz erfolgreich waren. Aber ja, jetzt hat er eine Dauerkarte. Und jetzt hat er eine eigene Dauerkarte. Genau, und dann werden wir da jetzt die zusammen unterstützen. Wie ist es denn, Ole? Ihr steht jetzt in der Kurve und versucht da Stimmung zu machen. Und seht es ja auch, dass da was wächst und sich entwickelt. Also seid ihr denn schon zufrieden mit den Jungs auf den anderen Plätzen? Oder muss da noch ein bisschen mehr gehen? Wie siehst du das denn? Also wir sind größtenteils zufrieden, würde ich sagen. Wir haben jetzt beim Basketball Cup mal versucht, spontan was Neues zu probieren, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Wir haben direkt hinter der Heidelberger Bank sitzt von den Heidelberg Guards, der anderen Fangruppe, die es auch schon seit Ewigkeiten, also viel länger als das Kollektiv Neckarkurve gibt. Da sitzt der Stefan Naujork. Und mit dem habe ich da mal kurz gesprochen, dass wir dann Anfang des vierten Viertels habe ich mich mal neben ihn gesetzt. Und dann wollten wir einen kleinen Wechselgesang zwischen der Kurve und der Haupttribüne quasi anstimmen. Das ist, ja, ein bisschen, war ein Rohrkrepierer, würde ich sagen. Finde ich überhaupt nicht. Nö. Weil auf der Pressetribüne habe ich das durchaus vernommen. Okay. Und wenn man sich überlegt, dass ja nur tausend Leute da waren. Ja. Okay, also aber ich hatte das Gefühl, dass gerade auf der Haupttribüne da irgendwie niemand so mit eingestiegen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Ich weiß nicht. Mehr geht immer. Mehr geht natürlich immer. Vielleicht lässt sich das noch irgendwie etablieren, weil ich finde, das ist irgendwie was Cooles, um alle mit reinzuholen. Ja. Genauso wie dieses, steht auf, wenn ihr vom Neckar seid oder sowas. Einfach, dass man so ein paar Sachen hat, wo man alle irgendwie mit ins Boot holt, finde ich, ist eigentlich immer eine nette Geschichte. Aber sonst, die Stimmung war gut letztes Jahr, sehr gut. Halle war immer voll. Also was das angeht, können wir uns eigentlich nicht beschweren. Dann machen wir uns mal ein bisschen Werbung. Also wie läuft es ab, dieser Wechselgesang? Irsch sagt Academics und die Haupttribüne sagt Heidelberg? Das ist nicht mal zwei Wörter. Also wir wollten es gar nicht so kompliziert machen. Es war einfach nur das von den Trommeln oder aus dem Block, wenn wir ihn jetzt mal so taufen wollen, dass da einfach nur ein Heidelberg kam und dann genau das Gleiche als Antwort von, wer auch immer möchte. Es muss nicht mal nur die Haupttribüne sein, es können auch alle anderen sein, kommt dann einfach das Heidelberg zurück. Und wenn man das richtig laut macht, dann glaube ich, wirkt das richtig geil in der Halle. Ich erinnere mich. Christian, jetzt mal Hand aufs Herz. Also mir geht es so, nach jedem Heimspiel habe ich diesen Ohrwurm. Auf geht's, Jungs von Lekka, tatsächlich. Wie sagt man im Radio? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf oder so. Ja, klar. Ich glaube, du brauchst so einen, ich nenne es jetzt mal Schlachtengesang. Ich finde, so als Identifikation finde ich das super. Und Ole, als wir angefangen haben mit den Jungs vom Neckar, da hat auch keiner mitgesungen. Ja, das sage ich dir ganz ehrlich. Und ich meine, ich sitze ja auf der Gegentribüne, ja, und da war immer Ruhe. Und dann stehst du halt zwei, dreimal auf, schreist die Leute an, dass die jetzt mitsingen sollen, ja, und jetzt ruft da jeder mit, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also insofern gibt den Leuten Zeit, ja, man muss das halt regelmäßig machen, ja, und ich glaube, dann funktioniert das. Ja, und ich finde das schön, also mir gefällt es, das ist halt einfach, das ist zum Mitmachen, ja, wenn ich mir überlege, ich habe in der Regel meine Tochter dabei, ja, die ist zwölf, der gefällt es, die wird da auch bespaßt, das ist alles jugendfrei, weißt du, ich finde das super. Ja. Das ist auch ein großer Unterschied zum Fußball natürlich. Also meine Mädels, die nehme ich auch gerne mal mit, wenn Nachmittagsspiel ist zum Beispiel, sind fünf und sieben sind die. Die sind aber auch sehr fußballaffin, weil meine Schwägerin ein sehr großer Karlslautern-Fan ist. Darf ich das hier mal? Ja, hier bin ich an Heidelberg. Nein, darf ich das natürlich nicht sagen. Und zwar, da gehen die auch ab und zu hin. Aber ich habe natürlich schon, wenn jetzt ein Spiel ist wie Kaiserslautern, vielleicht gegen Mannheim oder gegen Karlsruhe, da schicke ich die Mädels eher ungern hin. Da nehme ich die schon lieber mit zum Basketball, weil ich weiß, da ist eine andere Stimmung, ein anderes Fanverhalten einfach. Das ist eher so ein Happening-Event, sage ich mal. Und da wird halt nicht, wenn der Torwart abstößt, beim Fußball sowas gesungen, was da gesungen wird, sondern da wird dann einfach die Mannschaft angefeuert. Und auf geht es, Jungs vom Neckar. Also ich sitze hinter der Ersatzbank oben auf dem Oberrang. Da ist das schon auch angekommen. Und da wird das schon auch gesungen. Natürlich nicht wie so aus der letzten Kehle, sage ich mal. Also H-Mack singt noch nicht, oder? Verrat es uns. Ah, ich glaube noch nicht. Nein, nein, nein. Das muss ich mir jetzt sagen. Das würden wir auch sehr wundern jetzt. Du musst ja auch selber für dich Ziele für die Saison haben. Genau. Das ist mein Ziel, dass H-Mack einmal mitsingen den Schlag. Okay. Aber es ist doch total spannend, weil ich finde, das macht auch schon nochmal einen Unterschied, wenn man da so aktiv beim Wachsen dabei ist irgendwie. Also ich erinnere mich beim allerersten Spiel in der damaligen Halle, als die Bayern ernst gemacht haben. War Saisonauftakt gegen den USD Heidelberg damals. War ich in München, da war alles neu. Da musste das Publikum erklärt bekommen, was man eigentlich bei so einem Freiburg macht, dass man die da ablenken darf und wie die Schlachtrufe, wie du vorhin gesagt hast, wie die so lauten. Ich finde, das hat auch so einen ganz besonderen Flair. Und ich meine, das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum ihr gesagt habt, hey, wir wollen uns einfach hier das Ding voranbringen, oder? Also man hat ja allein schon optisch gesehen, wie das Ganze wächst, weil die Stehplatztribüne, die war ja früher noch nicht ganz ausgefahren, wie beim Basketball Cup. Da war es ja auch quasi nur auf halber Größe und dann irgendwann hat man gesehen, da kommen ja doch die Leute. Das kann man gut und gerne mal verdoppeln, den ganzen Spaß. Und ja, ich meine, natürlich ist es schade, wenn man in der Halle ist und man sieht dann auch andere Teams, die Fans mitbringen. Ich meine, Al-Franza hier jetzt mal wirklich Bonn erwähnt, die da letzte Saison wirklich komplett abgerissen haben. Kreisheim auch super. Kreisheim auch wirklich richtig gut. Und dann ist es irgendwie, man ist immer dabei und man hat natürlich immer diese standardmäßige Defense, so klar, das kennt man auch, auch wenn man woanders, also das ist so das Basketball-Ding. Aber dann irgendwie mehr zu machen, ist schön, aber dafür muss man sich halt irgendwie halbwegs organisieren. Das hat Matti dann in dem Fall in die Hand genommen, also ich hatte ihn immer mal wieder in der Halle gesehen und inzwischen war ich auch schon auf ein paar Auswärtsspielen dann mit ihm und so. Das hat auch immer mega Bock gemacht und da auf Auswärtsspielen waren wir dann halt, keine Ahnung, beispielsweise Braunschweig, da waren wir zu fünft oder zu sechst, so da ist es einfacher, sich abzusprechen. Da hört ein fairerweise auch eigentlich keiner, außer die Heimfans sind mal leise, weil Freiwürfe sind. Aber so wächst das dann halt, so hat Matti dann verschiedene Gruppen zusammengetragen und wenn man dann halt so einen gewissen Grundstock an Leuten hat, die da auch Bock haben mitzumachen, dann wächst es halt schneller und dann erreicht man mehr Leute. und da sind wir im Moment und ich glaube, dass uns nächste Saison da auf jeden Fall noch gut hilft. Wir sind da jetzt auch ein richtiger Verein und können auch Mitglieder aufnehmen und deswegen glaube ich, geht das alles nochmal ein bisschen schneller voran jetzt mit der kommenden Saison und das wird richtig cool, glaube ich. Du warst aber nicht derjenige, der zu Matti mal sagte, nein, das war in Liga, da gehe ich nicht mehr mit, ne? Nee, ich war auch in der zweiten Liga schon dabei, also bevor sie aufgestiegen sind. Ich habe auch, ich liebe den OSP auch als Spielort. Ich finde, das ist eine Mega-Halle, die hat was. Das ist halt eine Halle. Ja, aber so. Das ist eine Arena, ne? Ja, genau. Aber so, ich finde, das macht auch so diese kleineren Ligen aus, dass man halt diese kleineren Hallen hat. Es müssen jetzt nicht unbedingt Sporthallen sein, wo du auf so diesen alten Schulsportbänken sitzt. Das brauchst du jetzt nicht, aber so, so was macht es so ein bisschen urig und auch so, da weiß man irgendwie, wo es herkommt. Also ich wäre auch mit in die zweite Liga gegangen, das ist nicht. Okay, gut. Leider kam ich nicht mehr dazu, nochmal reinzuhören, wer der Kollege da war aus eurem Kollektiv, aber der hat sich bestimmt inzwischen auch umentschlossen. Mit Sicherheit, ja. Zum Glück ist die zweite Liga ja auch kein Thema. Muss man auch dazu sagen. Lasst uns einfach mal ein bisschen vorausblicken. Es geht ja bald los, 15. glaube ich. Ja, 15. der 9. Pokalspiel. 15. September, Pokalspiel, Heimspiel gegen Hamburg und dann eine Woche später auch schon Liga auftakt. Jens, fangen wir mal mit dir an. Was ist denn deine Erwartung für die neue Runde? Oder was würdest du denn sagen, wann bist du denn zufrieden, wenn an Tag X irgendwann im Mai du sagst, das ist jetzt erfüllt worden? Also die Erwartungen sind erstmal, dass sie einen anderen Spielstil pflegen. Das habe ich halt schon fast gesehen, dass das so kommen wird. Von den Spielern muss man halt wirklich gucken, wie die dann zusammenpassen. Ich habe natürlich jetzt auch keinen wirklichen Vergleich, wie die anderen Teams sich aufgestellt haben, wie die neue Leute dazu geholt haben, wie gut die sind. Ich habe so ein paar Ergebnisse mal verfolgt, aber kann das jetzt nicht wirklich einschätzen. Ich hätte auch vor der letzten Saison, war Heidelberg ja auch sehr hoch gehandelt. Teilweise von hier Basti Dorit in Podcasts erwähnt, als Playoff-Kandidat und so. Kenne ich gar nicht. Macht der einen Podcast? Ja, ich habe gehört, dass der auch was macht in der Richtung. Ich hoffe mal, dass sie sich einfach relativ schnell im Mittelfeld etablieren können und dann vielleicht hinten raus, um die hoch- oder niedrig zweistätigen Plätze zu spielen, sagen wir mal, 10, 11, 12, sowas. Also das wäre schon auf jeden Fall ein Erfolg. Und ganz ehrlich, wenn sie absteigen, dann steigen sie ab, dann gehe ich auch in die Pro A. Also ich habe da echt so viel Spaß dran gefunden, dass mir das jetzt gar nicht, es ist schon auch wichtig, natürlich, es ist geiler, wenn Eric Washington hinten raus ein Dreier trifft und das Spiel gewinnt, als dass sie gegen Ludwig's Walk mit 20 Punkten verlieren, logischerweise. Aber ich würde dann trotzdem auch weiter hingehen. Aber man hat auch gesehen, letzte Saison sind trotzdem Leute gekommen, es war trotzdem ausverkauft. Das ist halt schon eine mega Entwicklung im Vergleich zu, was früher war. Ja, und von der Emotionalität her ist es natürlich auch was anderes, wenn Eric Washington mit seinem Buzzerbieter Alba Berlin versenkt, als, keine Ahnung, die Gattentzau und Baskets 24 oder wie auch immer die da heißen, ist einfach eine andere Nummer. Jetzt hast du aber tatsächlich über den sportlichen Erfolg gesprochen. Wie ist es bei dir, Christian? Du wirst wahrscheinlich eher sagen, ich bin zufrieden, wenn die Halle immer voll war. Nee, also der sportliche Erfolg ist schon wichtig. Ich habe auch kein Problem damit, wenn die verlieren. Das passiert einfach, das ist ein Sport, da kann nur einer gewinnen. Keine Gewinner ohne Verlierer. Das ist einfach so. Ich glaube, die Frage ist natürlich, wie verkauft man sich da? Und wenn ich mir letzte Saison angucke, allein unser Foulspiel, also wenn ich das so sagen darf, wer hat wann wie gefoult? Das war eine Katastrophe. Also das war ganz furchtbar, wie viele dumme Fouls wir da genommen haben, wie früh dann manche Leute schon wieder auf die Bank mussten und dann bricht ein ganzes Spielkonzept eigentlich zusammen. Ja, da wurde dann nicht für das Team irgendwie gespielt und hat sich gefühlt, zumindest für mich manchmal nicht, bis zum Letzten zerrissen und wollte unbedingt irgendwie das Beste geben. Die können alle verlieren, solange sie quasi das abrufen, was sie können. Und dass man nicht immer so ein Spiel haben kann, wie gegen die Bayern in der SAP-Arena, da wo alles funktioniert, das ist mir auch klar. Aber ich möchte einfach sehen, dass der Einsatz stimmt und dass die Leute ihr es geben und dass die Zuschauer begeistert werden von den Spielern. Und auch wenn wir verloren haben und die kommen mit einem Lächeln zu uns, dann ist das auch okay, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde das so klasse, weil jetzt sitzen die hier alle, kommen von der Arbeit, du mit deinem weißen Hemd. Wenn aber die Hörer wüssten, wie du in der Halle im Trikot oder alles zu mir kommst in der Halbzeit und sagst, was ist hier denn wieder los? Und da geht ja gar nichts zusammen und jetzt kann man auch mal verlieren. Ja, natürlich. Also es ist natürlich, wenn man dann in der Situation ist, ist man emotional mittendrin, ja, und jetzt ist man ein bisschen Abstand. Aber das wünsche ich mir. Also wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass wir ja einfach eine Mannschaft haben, die clever spielt und die Spaß daran hat und das transportiert. Und nicht absteigt. Das ist ja sowieso klar. Das wäre nicht schlecht. Zwei Trommeln mehr, oder? Wäre auch gut. Dafür bräuchten aber dann auch noch Leute, die sich bereit erklären zu trommeln, weil es ist schon, an alle, die immer trommeln auch, es ist schon ein Commitment. Also so, du kriegst auch nicht mal alles vom Spiel mit. Deine Getränke müssen dir vermutlich angereicht werden. Auch immer schwierig. Und auch irgendwie ein bisschen in Kontakt zu stehen mit den Leuten neben einem, wird der Lautstärke dann auch immer nicht ganz so leicht. Aber ja, also nächste Saison, ich erwarte mir, also das Einzige, worauf ich wirklich hoffe, ist bessere Defense. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du gesagt hast. So, wenn es offensiv nicht klappt, okay, das kann halt mal passieren. Aber so, letzte Saison war dann halt Katastrophe hinten und keiner hatte Bock auf irgendwas. Und dann stehst du da wirklich schon, also klar, man hat immer noch Bock und hat auch rumgeschrien und so, aber das macht schon was mit allem, dass man halt sieht, dass die Leute auf dem Feld da, das alles doch sehr schleifen lassen und denen das auch irgendwie nicht so wichtig ist, wie einem selber das irgendwie wichtig ist. Und das ist so ein bisschen schade, dass man so dieses Feedback vom Platz oder von den Spielern dann nicht so richtig kriegt. Aber ich glaube, das wird diese Saison eigentlich kein Problem. Und ich glaube auch, dass es spielerisch deutlich besser wird, auch tabellensituationstechnisch deutlich besser wird als letztes Jahr. Ich glaube, dass das Niveau von der ganzen Liga traurigerweise ein bisschen abgenommen hat. Also viele Stars sind irgendwie weggegangen. Die ganz Großen konnte man irgendwie nicht halten. Also nicht nur Heidelberg, sondern gefühlt irgendwie alle anderen Teams. Und vielleicht wird es deswegen ein bisschen ausgeglichener. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass Chemnitz vielleicht nicht unbedingt das Niveau von letztem Jahr halten kann. In Würzburg wird es wahrscheinlich auch schwierig. Dann gibt es natürlich nur einen Absteiger dieses Jahr. Frankfurt sah jetzt überraschend gut aus, muss ich sagen, beim Heidelberg Basketballcup. Also die haben vielleicht am Ende auch gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Dann müssen wir mal gucken, wer sich da unten am Ende wiederfindet. Hoffentlich nicht Heidelberg. Aber ganz ehrlich, selbst wenn, so war die Saison übrigens die ganze Zeit spannend und in jedem Spiel ging es um irgendwas, war jetzt auch nicht so schlecht. Das stimmt. Jetzt hast du aber in deiner Analyse der gesamten Liga so ein bisschen einen schweren Vorwurf verpackt. Nämlich, dass du das Gefühl hattest, auch wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen zwischen neuer Saison und letzter Saison, dass da nicht immer alle alles gegeben haben. Ja, also ich meine, wir hatten es ganz am Anfang mit so McGirl oder so. Dem würde ich glaube ich sowas schon mal ankreiden. Ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht auf konkrete Spieler. Ich meine, ich stehe auf der Tribüne und gucke mir das an. Wer bin ich darüber zu urteilen am Ende? Aber es ist halt so ein bisschen... Ja, aber es ist ja spannend, dass das bei dir so ankommt. Genau, also man hat aber so, das war halt das Gefühl, was man gekriegt hat. So in manchen Spielen standst du auf der Tribüne und wusstest gar nicht, was passiert. Es sind zwei Viertel vorbei und auf einmal liegst du mit 23 gegen Braunschweig hinten. Wie? Wie passiert das? Und das sind dann halt so ein paar Sachen gewesen, wo du wirklich dann... Ja, wo man sich das einfach anders gewünscht hätte. Wo du da so Leute, ein bisschen Engagement, wäre schon ganz nett, so ihr kriegt auch Geld dafür. Aber das glaube ich, ist was, was wir diese Saison nicht unbedingt sehen werden. Und das war auch was, was sich unter Freier zum Beispiel schon wieder ein bisschen geändert hat. Außer bei dem einen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, ich glaube, auswärts in Ludwigsburg nochmal zum Saisonende, das war eine Vollkatastrophe. Spannend, total spannend. Hast du das ähnlich wahrgenommen, Jens? Dass da die Mannschaft auch einfach vielleicht, ja, gesagt hat, jo, wenn heute nicht, dann halt nächste Woche. Schon einige Situationen, wo dann einfach nach acht, neun Sekunden im Angriff einer komplett frei war vom Gegner und einfach einen Korbleger machen konnte. Also da hat auch das Grundkonzept gefühlt nicht so richtig gestimmt in der Defense. Aber wahrscheinlich auch so der letzte Enthusiasmus vielleicht oder der letzte Juspe, wie auch immer, da alles reinzulegen. Ich habe die letzten, letztes Jahr hatte ich kein Trikot mit einem Spieler drauf. Davor hatte ich Calvin Martin, den fand ich immer gut, weil er auch auf irgendwie mitreißen sein konnte und Max Uggreif vor zwei Jahren. Das ist so ein Spieler, den ich auch so ein bisschen nachgetraut habe, weil er auch ein bisschen länger da war und auch immer alles reingelegt hat, gefühlt. Letztes Jahr hat sich für mich keiner rauskristallisiert. Aber jetzt, nach dem ersten Spiel, habe ich schon Diba so ein bisschen im Fokus, weil der einfach defensiv, glaube ich, der kann alle Positionen verteidigen. Der ist echt, der haut sich voll rein. Hat die Nummer 10, das ist so ein kleiner Spin zu meinem Fußball-Dings noch, weil die Nummer 10 sind da immer so ein bisschen wichtig. Jetzt hängst du doch damit an, vorhin wolltest du nicht? Ich habe den Ball hingespielt. Also das könnte gut sein, dass ich den dieses Jahr mehr auf das Trikot machen werde. Also da freue ich mich schon drauf, auch defensiv da einfach ein bisschen mehr Engagement zu sehen. Okay. Ich würde gerne eins aufgreifen, was Ole gesagt hat, und zwar, dass insgesamt die Liga so ein bisschen gefühlt, zumindest von den Namen her, schwächer geworden ist. Das habe ich auch gesehen. ist natürlich ein bisschen diesem ganzen Wechsel der Teams geschuldet, was aber natürlich dann auch wieder Raum für neue Stars gibt. Das stimmt. Also ich meine, wenn ich mir gerade Chemnitz letzte Saison angucke, da sind ein paar Leute rumgelaufen, da hat keiner vorher irgendwie die auf dem Radar gehabt und dann haben die Saisons gespielt. Verrückt. Und dann haben die natürlich nur einen Saisonvertrag und gehen dann natürlich irgendwo ins Ausland, wo sie mehr verdienen. Das ist halt so ein bisschen dieser Fluch und Segen, den man da mitnehmen muss. Wenn ich mir überlege, der Eric Washington, wie gerne hätten wir den alle behalten, das funktioniert halt leider nicht. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt aus der letzten Saison mir jemanden wünschen dürfte, dann hätte ich Chiles behalten. Also den fand ich einfach super, den fand ich auch menschlich cool, wie der dann bei euch in der SAP-Arena an der Trommel stand und da Gas gegeben hat. Der fand ich super, der hat sich voll reingehauen. Aber so ist der Sport halt. Jetzt gucken wir mal, ob wir neue Leute haben. Ich baue ja, ich wette mit euch, auf dem wir saßen. Ja, der will das reißen. Also Alex Vogel wird es mir verzeihen. Ich habe mit ihm auch ein sehr, sehr frühes Gespräch über meinen Favorites geführt. Vielleicht auch ein bisschen zu früh, gebe ich gerne zu. Und da habe ich auch tatsächlich Michael Weathers dran. Aber, und jetzt sprechen wir über die Trikots, weil der sich die Hose hochkrempelt und keinen Bock auf diese scheiß Ärmeltrikots hat. Amen. So, wollen da alle unterschreiben? Haken dran? Oder Jens, willst du dich outen, dass du das eigentlich ziemlich cool findest? Als Fan finde ich es schon nicht schlecht, so ein Trikot zu tragen, aber die Spieler können gerne auch ohne Ärmel haben. Das habe ich noch nie gehört. Du würdest tatsächlich also ein Fan-Shirt kaufen, das du wie ein T-Shirt tragen kannst, auch wenn du weißt, auf dem Feld haben die was anderes an. Wahrscheinlich sogar, ja. Ansonsten würde ich halt was drunter ziehen, das wäre auch kein Problem. Siehst du? Es ist schon so ein kleiner unique selling point, sage ich mal, dass wir das jetzt haben und die anderen nicht. Aber die Kritik ist da, glaube ich, ein bisschen zu groß, um das weiter durchzuziehen. Aber das muss der Verein entscheiden, sage ich mal. Christian? Ich habe da jetzt keine große Meinung dazu, also ob jetzt mit Ärmel oder ohne. Also ich würde mich da auch eher so ein bisschen nach den Spielern orientieren. Ich glaube für, gerade die Spieler, die aus den USA kommen, die kennen das, glaube ich, gar nicht. In der NBA hat man es mal kurz gehabt, Adidas hat es versucht. Und dann haben so die Granden wie LeBron James gesagt, oh, beim Wurf, die Schulter ist spannend. Und dann war das Ding aber ganz schnell weg. Ja, weil dann gab es halt einen Larry Bird, der einen Dreier-Contest in der College-Jacke gewonnen hat. Ja, das stimmt. Das sind dann Argumente, die sich auch... Die sind ja weiter geschnitten, die College-Jacke. Ja. Aber ich bin da offen. Und selbst wenn der die jetzt irgendwie abreißen würde oder abschneidet, weißt du, er kann ja auch so ein bisschen einen auf Rebel machen. Wäre mal spannend, aber das dürfte überhaupt. Ach so. Ja. Hochkrempeln darf er zumindest. Naja. Aber ich will jetzt auch hier nicht immer schlechte Stimmung machen. Ich muss auch dazu sagen, die Trikots wunderschön. Also dieses Jahr gefällt mir das besonders gut, weil das irgendwie so schön abgesteckt ist irgendwie am Ärmel. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, was Trikots angeht. Du hast jetzt gesagt, Max Ukrai und Calvin Martin. Jetzt würde man ja eigentlich erwarten, dass der Fan-Favorite und das Safe-Bet sozusagen ist Niki Würzner oder von mir aus auch Paul Zipser. Die sind Lokalmatador und die sind schon lange da. Kann man sich denn wirklich mit ruhigem Gewissen ein Trikot von einem Spieler kaufen, von dem man weiß, naja, 85 Prozent Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, dass das Ding nächstes Jahr überholt ist. Also bei Diva weiß ich zumindest, dass er zwei Jahresvertrag hat. Deswegen würde er vielleicht auch in zwei Jahren noch da sein. Stimmt, das haben tatsächlich sehr viele Spieler dieses Jahr, zwei Jahresverträge. Stimmt. Und auch Optionen. Wegen der Trikot-Absätze. Letztes Jahr war Zipser eigentlich am Anfang hoch im Kurs natürlich, weil es irgendwie so der ein Star war, den er erstmal geholt hat, auch wenn das natürlich schwierige Vorgeschichte war. Aber der hat sich dann natürlich nicht dazu hervorgetan, da wirklich... Also du warst dann schon so ein bisschen abgewartet. Ein bisschen habe ich abgewartet, auch bei den anderen Zweien habe ich ein bisschen abgewartet, ja. Aber der Diva, weil er zwei Jahresvertrag hat, weil er sehr engagiert war beim ersten Spiel, steht er bei mir auf jeden Fall hoch im Kurs. Ja, ich laufe sowieso noch mit einem Shai-Eli-Trikot aus der zweiten Liga rum, was keine Ärmel hat. Deswegen, also ich, solange, das klingt jetzt sehr hart, solange es Trikots mit Ärmeln gibt, werde ich mir wahrscheinlich keins holen. Sonst, weiß ich nicht, also, ist es natürlich immer schade, wenn die Spieler dann weg sind, aber, ja, wenn es ein cooler Spieler ist, also, ich kann jeden verstehen, dass es die Saison irgendwie ein Weathers- oder Diva-Trikot oder so holt und auch irgendwie, keine Ahnung, so ein DJ-Horn-Trikot. Ich kann mir vorstellen, dass der gut durch die Decke gehen kann und wenn du dann sagst, du hast ein Heidelberg-Trikot von dem und der spielt in zwei Jahren irgendwie Euroleague oder sonst was, das frage ich jetzt einfach mal zu träumen. Das sind natürlich sehr hochgesteckte Ziele, so, wieso nicht, ne, am Ende, keine Ahnung, ich hätte auch gern mal ein Jalen-Smith-Trikot damals aus der zweiten Liga noch gehabt, als er dann bei Partisan oder in Italien gespielt hat. Also, das ist ja auch eine gute Erinnerung einfach, also das Trikot zu haben, ist ja eine nette Erinnerung an die jeweilige Saison und es ist dann vielleicht ein Spiel, an den sich andere gar nicht erinnern und du halt schon, weil du das Trikot von dem Spieler hast. Ich habe mir auch jede Saison bis jetzt ein Trikot gekauft, auch um den Verein natürlich zu supporten, also es ist ja auch darf man auch nicht unterschätzen, ja, finde es schon wichtig, da auch irgendwie da seinen Teil dazu beizutragen. Hast du dieses Jahr auch schon zugeschlagen? Habe ich in der Tat auch schon zugeschlagen, ja. Was steht hinten drauf? Naja, ich habe natürlich den Michael Wirtters genommen, ja, einfach weil, ja, ich fand ihn einfach, hat mir so gefallen, ja, ich fand es einfach, einfach mega und ob man jetzt immer so Lokalmatadoren da nehmen muss, ja, oder nicht. Nehmen müssen, um Gottes Willen, aber ja. ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich ein, ich schon gesagt habe, Entertainment, ja, und man, mein Herz legt natürlich dann auch für Leute, die dann auch Entertainment machen, ja, und dann ist das halt ein besonderer Bezug, ja, und auch wenn ja Niki die beste Humper macht, ja, ist einfach so, da suche ich mir auch den Spieler raus, wo ich denke, an dem werde ich meinen Spaß haben. aber das ist so ein bisschen der Punkt, Niki Würzner, den kennen wir alle schon lange und sind auch alle sehr froh, denke ich mal, dass er hier ist, weil man ja auch Identifikationsfiguren braucht und, jetzt sind wir wieder bei der Fanperspektive und vielleicht auch beim Vergleich zu anderen Sportarten, man kommt ja auch ganz anders ins Gespräch mit den Spielern, gerade bei so Dingen wie der Humba, wenn sie dann mal im Block stehen, das Fanfest nach dem Nichtabstieg, das sind ja jetzt keine Millionäre, die abgeschirmt von der Öffentlichkeit irgendwie im Sport waren. Außer Zipzer vermutlich. Ja, also der finanzielle Aspekt war jetzt nicht der Hauptpunkt meiner Aussage, aber ja, müsste man mal fragen. Pokémon-Karten sind hoch im Kurs, habe ich gehört. Nein, aber, also das ist ja vermutlich was Besonderes auch, wenn man einen Spieler, wie jetzt, ich nehme jetzt Niki Würzner, wenn man da auch einfach das Gefühl hat, man kennt den und der kennt auch dein Gesicht. Ja, also ich finde es mal mega einen Unterschied, man ist einfach, also allein durch die Hallengrößen ist man meistens schon und die, ja, ich sage es jetzt einfach mal, fehlenden Sicherheitsvorkehrungen, die man in einem Fußballstadion vielleicht sogar hat. Die man auch nicht braucht. Genau, man braucht, also es war jetzt beim Basketball Cup ja ein bisschen strenger, was so alles angeht, aber man braucht sie nicht, genau, das ist super angenehm und allein dadurch ist man den Spielern einfach schon näher und ja, dann nach dem Spiel, ich habe es jetzt auch bei ein paar Auswärtsspielen erlebt, es ist super geil, also gerade in Braunschweig macht sich die Halle super gut, also danach kann man an der Bank stehen und mit den Spielern einfach schnacken und so, das ist, macht richtig Bock und es ist einfach schön, den Spielern auf der Ebene auch begegnen zu können und es verändert was und es macht, also für mich macht es, es macht dann noch mehr Spaß irgendwie das Team zu supporten, wenn man die, wenn man die Menschen irgendwie besser kennt, oder einfach mit denen man geschnackt hat, das macht schon Unterschiede. Ich finde, man merkt auch, Jens, du bist jetzt nicht direkt im Fanblock, sitzt da ein bisschen weiter unterm Dach, aber ich finde trotzdem, man merkt auch, dass zumindest bekommt man das Gefühl, dass auch die Spieler diesen Support durchaus wertschätzen. Ja, finde ich auch, also da ist schon auch Augenkontakt mal zum Oberrang da und sowas und die grüßen dann in die Fans da oben, das finde ich schon auch, dass das da ist und dass sie das merken. Niki Würzner habe ich einmal in Mannheim beim Black Angus Burger gesehen, ich weiß nicht, ob der bekannt ist hier, da hatte ich auch meinen Heidelberger Tonbeutel, habe ich ihm auch gezeigt, hat er mir zugezwungen, also da ist auf jeden Fall ein kleiner Connect da gewesen und klar ist er natürlich auch 2017, 2018, als ich angefangen habe, schon da gewesen, hat da Aufbau gespielt, hat da auch seine 4,7 Assists gegeben, also der hat da schon eine gute Phase gemacht. Bundesliga ist er natürlich jetzt eher die zweite, dritte Geheige, sage ich mal, auf der Aufbauposition, aber trotzdem ist er wichtig für den Verein natürlich. Vielleicht noch einen kurzen Spin zur neuen Saison, also Weathers wird ja sehr gelobt hier gerade, ich sehe ihn so ein bisschen gar nicht kritisch, also ich sehe, dass der natürlich sehr viel Engagement bringt und ein paar schöne Dankings auch beim Fastbreak machen kann. über seine basketballerischen Fähigkeiten und sein Verständnis von Systemen haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, dass er auch manchmal ein bisschen mit Kopf durch die Wand bei so einem Transition, Fastbreak auch mal in Gegnerei läuft und den Ball verlieren wird. Ich denke, das muss man ihm so ein bisschen auch beibringen, dass er da vielleicht auch mal einen Kopf oben halten muss oder also ich denke, da ist Potenzial auch da, aber der hat natürlich, der war ja auch MVP in Österreich, da ist nochmal eine andere Liga, mal gucken, wie das jetzt funktioniert, aber ich denke, wir haben auch so viele gute Bankspieler, dass man den auch dosiert einsetzen kann und dann kann er da auch seine Stärken bringen. Wo ich noch so ein bisschen Bedenken habe für die neue Saison ist, dass wir viele kleine Guards haben, das könnte defensiv vielleicht mal ein Problem sein, also Barcello, Horn. Schon Bundesliga auch, oder? Ja klar, also kennt man ja auch. Sind viele MVPs auch draus entstanden, also das könnte schon auch gut funktionieren. Und dann wirst du mit Sicherheit auch irgendwann mal Dibber sehen, der die Guards verteidigt. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Ja, zum Thema Nahbarkeit der Spieler, also ich finde es immer wieder gut, also dass die Spieler dann auch nach dem Spiel da mal rumlaufen, also wenn sie verloren haben, brauchen sie bei dir nicht vorbeilaufen. Bei dir stehen sie übrigens teilweise ein bisschen zu lange, ich war da immer auf meine Stimmen und dann denke ich, ey, vorne wieder beim Christian, kann der die jetzt mal endlich zu mir schicken? Ja, das ist natürlich schön, ich meine, ich finde es auch toll, dass man dann auch mal die Möglichkeit hat, dem auch mal direkt nach dem Spiel eine Frage zu stellen, ja, und da muss ich halt gerade Akim Vargas auch loben, der hat sich dann auch wirklich die Zeit genommen und ist dann mal zwei Sekunden stehen geblieben, hat sich mit dir unterhalten, ja. Aber auch nicht nur, um mit dir zu sprechen, sondern ihn hat es auch interessiert, was du gesagt hast, und er hat darüber nachgedacht und hat vernünftige Antworten gegeben. Genau, also das war schon gut, ja, das machen auch andere Spieler und ich glaube, die finden das auch toll, diese Nähe zu den Spielern und gerade zu der Begeisterung zu haben und immer, wenn ich dann rüber zu euch im Stehplatz gucke, ja, wenn dann auch die ganzen Kinder und alle Leute da stehen, ja, und dann werden Fotos gemacht und umarmt und ich glaube, das ist natürlich, es gibt den Spielern, glaube ich, auch Bestätigung, dass sie hier willkommen sind, ja, und ich glaube, dann bauen die auch einen anderen Bezug auf, ja, und ich finde das schon toll, und das ist natürlich auch ein Teil des Entertainment, ja, also wenn du natürlich an deine Stars da rankommst, ganz nah, ist das natürlich total cool, ja, also, ja, da möchte ich ja eins erwähnen, auf dem Fanfest, das hat mich ja fasziniert, ja, wie euer Kollege das Bier aus dem Schuh getrunken hat, ja, legendär. Das muss ein Formel-1-Fan sein. Ja, das hat er aber an den Nage gehängt, das wird wohl nicht, macht er das nicht noch mal? Das hat nicht geschmeckt, hat nicht geschmeckt, okay. Nee, aber das war der Schuh von Marcel Kessen, den er dafür benutzt hat, und da geht was rein, ne? Da hat gut was reingepasst, in den Schuh wie in den Trinker. Das ist ja eh Wahnsinn, wie die da ihre Sporttasche ausgeräumt haben, und auf die Fliegen geworfen haben, Schuhe weg, Trikots weg, alles, was sie dabei hatten, irgendwie, muss jetzt raus, sozusagen. nicht nur die Spieler finde ich nahbar, sondern ich muss hier auch mal für den ganzen Staff mich da ins Korn werfen hier und sagen, also egal, ob das jetzt die Nicole ist, die sich um das ganze Thema Ticketing und so kümmert, die sind super nahbar. Herzblut, da ist viel Herzblut mit dabei. Ja, also das ist einfach super, und die sind natürlich auch immer glücklich, wenn man ihnen auch mal ein Lob mitbringt, oder eine Kleinigkeit irgendwie als Anerkennung, weil die opfern auch super viel Zeit, ja, und sind immer nett und immer zuvorkommend, und man wird immer gut behandelt, das ist wirklich, also, das ist wirklich toll, also da muss man auch sagen, da haben die Akademiks und der Matthias auch einen guten Job gemacht, um da die richtigen Leute natürlich auch zusammenzufinden, die auch dem Ganzen den richtigen Unterbau geben. Ja, geht natürlich auch nur, wenn die alle richtig Bock drauf haben, und für die das einfach mehr als ein Job ist, weil ich meine, wir wissen alle, wie wir da, also wir, wie die Akademiks da nach Corona in die erste Liga sind, und was das für eine Herkulesaufgabe war, und das ging nur mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft, mit vielen Überstunden vermutlich auch, und deswegen ist es ja umso schöner, dass das einfach auch ein toller Erfolg geworden ist, und immer noch ist, ja. So, ich bin jetzt fast mit meinen Fragen durch. Was ist denn deine Erwartungshaltung für die neue Saison? Ja, Entschuldigung, ich bin hier der Fragesteller. Ach so. Wer das erfahren möchte, der kann die R&Z lesen. Sehr gut. Nein, also, ich fand auch, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hatte, was die Kaderzusammenstellung angeht. Aber was ich immer wieder gehört habe, dass man halt schon sehr tief sei, sehr ausgeglichen, aber die entscheidende Frage wird halt sein, auf welchem Level bist du so tief und so ausgeglichen. Und natürlich brauchst du im Basketball, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn nicht falsch zitiere, denn Jansson hat heute Morgen zu mir gesagt, it's not about the X's and O's, but about the Jimmy's and Joe's. Und das ist so. Du brauchst halt dann im Basketball ganz oft, wenn es hart auf hart kommt, doch den einen oder für mich die zwei Spieler, die das Ding halt irgendwie in den Korb werfen. Dann kannst du noch so ein gutes System haben und eine tiefe Bank, aber wenn es hart auf hart kommt, ist es halt doch irgendwie oft noch die individuelle Klasse, die einen Unterschied macht. Und das muss ich halt jetzt finden. Das ist natürlich die Aufgabe von Danny Jansson, dass er da auch eine Hierarchie bildet, dass die Jungs wissen, wer in dem entscheidenden Moment den Ball in die Hand kriegt. Aber das wird er hinkriegen. Ich finde, in dem Kader steckt extrem viel Potenzial und auch wirklich viele spannende Spieler. Michael Weathers haben jetzt oft genug gesagt, aber auch Bakri Diba absolut. Ich meine, Top-Talent, da hätten sich viele Bundesligisten die Finger geleckt, wenn sie den bekommen. Ich glaube auch DJ Horn. DJ Horn. Also, dass man den gekriegt hat, ist schon. Also klar, man hat davon profitiert, dass er eine schlechte Summer League gespielt hat für die NBA, aber wenn der sich vernünftig akklimatisiert im europäischen Basketball, dann sehen wir den leider nur ein Jahr in Heidelberg, glaube ich. Und dann ganz schnell woanders. Ja, aber ist dann auch okay. Und auch da ist auch immer so eine Frage, braucht man einen MVP bei so einem Vorbereitungsturnier? Ich fand es gut. Ich fand auch gut, dass man sich für ihn entschieden hat, weil er braucht ja auch irgendwo diese Bestätigung, dass er auf dem Level als Leader der Mannschaft irgendwie funktionieren kann. Und was gibt es da Besseres als eine Early-MVP-Trophy? Ja, also ich lasse mich gerne bestätigen in meinem Optimismus. Ja, ich wollte noch zu der Offseason ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen gewartet auf den Floor General, sage ich mal, der den Ball dann wirklich bringt und der halt dann mehr als fünf, sechs Assists in den Statistiken stehen hat. Das fehlt halt jetzt so ein bisschen. Aber ich glaube, durch die Spielweise, die wir jetzt auch schon gesehen haben, dass sie halt einfach viel passen und einfach als Team zusammen gut harmonieren und dann vielleicht auch der, die Laufwege klar sind und dann muss es auch nicht immer der sein, der 15 Sekunden Ball in der Hand hat und dann irgendwie einen freien Spieler sucht, gefällt mir vielleicht sogar dann jetzt im Nachhinein besser. Aber muss man jetzt natürlich abwarten, wie sich das entwickelt. Aber sowohl Horn als auch Barcello kann, glaube ich, auch einen Ball gut bringen und auch Assists sammeln. Also ist vielleicht ganz gut, dass wir da nicht so den einen Spieler haben, auf den sich dann auch der Gegner natürlich konzentrieren kann. Also dass das alles so ausgeliehen ist. Aber auf welchem Niveau wir ausgeliehen sind, das ist halt schon eine spannende Frage. Und ich meine, guck dir die vergangene Saison an, wieso sind die Academics in diesen Abwärtsstrudel geraten? Weil der Point gerade nicht funktioniert hat. Sowohl Mike McGurl als auch dieses ganz, ganz dunkle Kapitel Josh Gray. Vermutlich wirklich ein netter Kerl, aber hat halt wirklich sportlich null funktioniert. Und da hoffen wir einfach mal, dass wir dieses Jahr auch da nicht so viele Wechsel- und Nachverpflichtungen sehen. Und keine Verletzungen vor allem. Ich meine, ja, also wir hatten ja letztes Jahr auch das Verletzungspech, steckst da halt nie drin. Ja. Christian, wollen wir jetzt noch über das Maskottchen sprechen? Ja, sehr gut. War da die ganze Zeit, dass du jetzt mal hier das ansprichst, dass wir dann auch allredlich zum Ende kommen können? Ja. Naja, also wie gesagt, Entertainment ist halt für mich das A und O. Und für mich ist Basketball auch US-Sport. Ja, und da ist halt Maskottchen, ist für mich das A und O. Ich glaube, jeder Verein in der Liga hat mindestens eins. Ja. Ich war ja schon begeistert, als wir bei dem Spiel, ich glaube, in Ludwigsburg waren. Und dann ist da eine Maultasche rumgelaufen, ja, wo ich ja schon gedacht habe, ey, ich kaufe jetzt einfach irgendwas. Ja, und Maultaschen. Ja, also, ich wäre jetzt nicht als Maultasche gekommen, ja. Weil ich das schon super finde, ja. Und ich gucke das auch immer wieder gerne. Und wenn die dann mit ihren Skateboards, mit ihren Dreirädern, mit ihren, die T-Shirts rumwerfen, die Leute anheizen, ich finde das einfach geil. Wenn die Leute Fotos da mitmachen können, ja, das ist einfach für mich auch so, das identifiziert einfach auch noch mehr, ja, mit dem Verein oder mit dem Team, ja. Ich finde das super. Ja, Ole Jens an euch, was wäre für euch gerne ein Maskottchen? Wo seht ihr Heidelberg? Ja, ich hatte irgendwann mal die Option gehört, dass es ein Affe sein soll, weil irgendwie ein Affe, ein Symbol wäre für den Rücken. Ein alte Affe, ja. Aber was ist denn deine persönliche, was würdest du denn gerne sehen? Ich weiß, da habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Also ich finde cool, wenn eins da ist, einfach auch tatsächlich für meine Kids, dass die einfach da nochmal so einen Ankerpunkt haben, wo sie sich freuen können, wenn der in der Pause da kommt oder sie mit ihm abklatschen können und ein Foto machen können. Was es dann sein wird, ist eigentlich nicht so, bin ich so wichtig, ja. Aber es wäre cool, wenn was da ist, glaube ich, ja. Hast du eine Meinung, Ole? Also ich finde, wo du gerade schon meintest mit US-Sports und so, ich finde, was jetzt in letzter Zeit ein paar Mal Ding war oder in den letzten Jahren immer diese Inflatable Mascots, die so aufgepumpt sind so ein bisschen, die finde ich ultra lustig. Die sind lustig, ja. Ähm, so das hatten die Cheal Dancer ja schon ein paar Mal, wenn die so ein Dino damit auf die, aufs Parkett geholt haben und so. Sowas wäre ganz cool. Da möchte ich, by the way, sagen, ja, mir wurde das Dino-Kostüm verboten. Ich durfte nicht im Dino. Boah, schade. Das hat die Nicole mir verboten. Aber sonst, keine Ahnung, so ein grüner Wellensittich oder Papagei fände ich richtig cool. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay, äh, den, keine Ahnung, dass man den irgendwie so basketballmäßig noch gestaltet wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, was ganz Gutes. Und soweit ich weiß, hat auch niemand so ein Wellensittich. Auf jeden Fall, der Vogel, ja, mit Berlin auf jeden Fall, aber sonst, glaube ich, nicht. Ja, aber muss doch nicht irgendwie ein bisschen was Elitäres und Uni und wenn man schon Academics heißt. Ich weiß es nicht. Ja, weil ich finde, der Name reicht auch. Der Name reicht auch nicht noch, nicht noch ein Maskatzen in die Richtung. Boah, ein Wellensittich. Ah, okay. Also der Albatros letztlich bei, ähm, bei Berlin, als diese Corona-Phase war und die diesen, diesen, diesen Sport gemacht haben da bei YouTube, den haben wir natürlich auch gefeiert, wenn der Albatros da reingeflogen kam. Also ein Vogel kann schon auch ganz, ganz okay sein. Na gut. Aber, ja, vielleicht mit der Brille auf, damit Academics so ein bisschen akademischer Vogel wie auch. Oder so ein Absolventen-Ligitchen oder so, was weiß ich. Irgendwie kriegt er ja schon integriert. Aber meine Frau Regie, die hat schon zu mir gesagt, also irgendwann muss ich Fakten schaffen. Deine Frau Regie? Regie, ja, die Rachel. Die hat zu mir gesagt, also irgendwann musst du jetzt Fakten schaffen, ja, und dann bestimme ich es vielleicht einfach dadurch, dass ich es kaufe und anzusehe. Genau. Und dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht mehr. Einfach selbstlos stolziert. Ja, wunderbar. Ich kriege jetzt übrigens wieder auf den Deckel oder erreiche Matthias Lautenschläger. Die nächsten dreimal nicht, wenn ich eine Frage habe, weil ich hier Stimmung gegen seine Ärmeltrikots mache und wieder dieses blöde Mal-Kotchen-Thema auspacke. Aber ich kann dir sagen, ich habe nichts unversucht gelassen und habe kurz bevor ihr allein getroffen seid, noch bei Eva nachgehakt. Liebe Grüße an der Stelle, sie war etwas irritiert, dass ich um die Uhrzeit noch wegen so einem Thema anrufe. Sie konnte mir aber noch keine Neuigkeiten berichten. Matthias steht ja eigentlich im Wort, dass es ein Maskottchen geben soll für die Saison. Schauen wir mal. Ja. Aber wir sind uns einig, dass es ein bisschen hier beträgt. Er kann mir ja auch bei der Idee einfach pitchen und ich besorgte es einfach. Okay. Vielleicht ist das der Fake. Angebot steht in die Zeitzündung, die es da braucht. Genau, Angebot steht. Nun gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich finde es war total ergiebig und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns in genau der Runde so zur Saisonhalbzeit nochmal treffen. Oh cool, ja. Sehr gerne. Und dann gucken wir einfach, was wir da für ein Mist gelabert haben, als wir noch hoffnungsfroh waren, wenn dann Michael Weathers nach vier Spielen nach Hause geschickt wird. Nein, wird er natürlich nicht. Schon wieder vier Nachverpflichtungen, drei Point-Karts weg. Das wird super. Ja, ich hoffe nicht, dass wir die Tabelle umdrehen müssen, weißt du. Also damit wir uns oben sehen, wäre schon gut. Gut. Oder Jens, Christian, vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Das war's mit Akademisches Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ.